Meinst du? Oh ne ziemlich böse Behauptung Aber unwahrscheinlich ist es nicht Ich brauche Kaffee Hast du eigentlich gestern die Energy Dinger reingepfeffert oder kommt das erst heute? Aber heute ist Open End, oder? Hm Sehr gut Ah, jetzt kommen die Cutscenes auch nicht mehr, weil wir jetzt spätere Quests haben Ja, ist viel Sinnvoller Ja, Chorius hab mich vorhin eingeladen Chorius To see it again like this Any joy I might have had Ah, hat der, ach ne, ich sagte, der hat den gepult Der hat den gepult Der Mage War klar Dann durch Doch Wird der pullt den jetzt auch? Ja, den hat ich gepult Da kommt ein Boss Ja, ist er Ja, ist er Key one Key one Key one auch noch? Ja Ja Vorsicht Bei mir rucket sogar ein bisschen Boah, bei mir auch Nicht nur ein bisschen Hehehe Hehehe Reflects Damage Luka, ich track meine Fähigkeit jetzt Kann nicht sehen was sie haben Aber der Key one vielleicht down Also, Seeding, Wormhole, Thunderstorm, Reflects Damage Also erst die Diener hier machen Haben die auch was daran geändert? Was? Disconnect Jetzt im Ernst? Ja, you've been removed from the game Aber komplett raus Du bist raus Geht schnell, ja? Ja Sehr gut Also dauert das jetzt noch 5 Sekunden, also das ist gut Ich hab dich ja auch beschützt, der konnte ja nix tun Ja, jetzt krieg ich bloß keinen Loot Das hat mich wirklich ein bisschen mehr Als die Tatsache, dass ich hätte sterben können Ich bin jetzt aber nicht davon ausgehend, dass ich das aufgehen kann Aber war jetzt auch Disconnect nicht im Sinne von Es ist alles eingefroren Sondern ich bin direkt rausgeflogen in die Naja Du standst aber noch ein paar Sekunden rum Aber ist gut, dass es so schnell geht Hm Finde ich auch gut, dass wir es geändert haben Also wie gesagt, 5 Sekunden würde ich sagen Sind das Und der Keyword Du sagst das Der dreht sich um und rennt zu dir So ein richtiges Arschloch, das würd's grad sehen müssen Der hat sich grad echt umgedreht und ist zu dir gelaufen Wornbock Ja, wenn ich jetzt wirklich 5 Sekunden hätte Dann hab ich ja mein Spirit Bessel Also da kann ich schon mal Wie lang hält das? Zwei Sekunden, die ich schon mal nicht sterben kann Dann werde ich auch noch geheilt Also da kommen so mehrere Sachen zusammen Die mich schützen, aber man will natürlich trotzdem nicht riskieren So, äh, machst du ne Eier? Ja Ja, wir müssen ja nicht äh Seine Request annehmen Ich hoffe, er könnte jetzt nicht nach-join Ne, er könnte nur nach-join, wenn Wir die Request bestätigen Ja Wenn jetzt einfach der Quest joint Aber da muss er glaub ich in einer Freundesliste sein Bei jemanden Nein, er muss so mit der Quest joint Ja gut, er muss aber, wenn da mehrere sind Ja gut, wenn das eins zu spiel sind, ja, dann geht Ja, okay Wir haben doch eben schon mal eins, zweimal drin gehabt Da ist er doch schon Der war, ja Ne, das ist ein anderer, Oronokos wär anders Der hieß ja Korwin Ah, stimmt Da kriegt man echt krass viel Geld hier hin Wieder eins rum, eins Millionen Ich glaub 200.000 Ich hab da so noch viel Crafting aus Wo wollen wir immer hin? Wir sind Garden, oder? Garden, genau, Level 2 Ich muss mir das auch mal merken Hm? Ich muss mir das mal merken Was sagst du? Achso, ruhig gleich mit mir Ja, ich hab auch Ja, ich Aber so gibt das nicht Boah, ich Macht jeder Ja Nehnt sich die ganze Zeit an, aber dann hab ich nicht mal die volle Kontrolle über meine Maus Oh, hör auf zu labern Wieder so einer Jetzt lass ich mir heute Macher zu essen Hätt ihn da mal runter, da gehts doch überhaupt nicht lang Aber die Gruppe pullt auch der Baba, jedes Mal durch Was? Ich mach das Wizard Head, Legendary Was? Oh, das Schwammai ist das Wizard Head, Legendary Legendary? Ja Ich weiß was es ist, aber ich weiß nicht ob es gut ist Ja, ist es Alter, ist echt gut Es hat die gleichen Stats wie meins und besser Sie ist ja eh gleich Sie ist ja eh gleich Ja, sie ist jetzt Nö Achso, mir wird doch eigentlich zum Chat mal angezeigt Wenn du das identifisiest War nicht Also ist nicht viel besser als meins Im Clan Chat wird's ja angezeigt Ja, wird's mir aber grad nicht, keine Ahnung Boah, schreiben kann ich im Clan Chat, sehr komisch Ja, wird mir auch angezeigt Hm Ich schweb's viel Er wird aber angeschön, es ist echt nicht angenehm Kein Power Achso, ja, wird's ja Ich bin mal gespannt, ob das was ausmacht Das bisschen erkennen Sieht so geil aus, oder? Ist das auf der Karte, was da denkt Das ist das für eine Fähigkeit, die der eine Wizard immer macht Diese grüne Boden Das ist das für eine Fähigkeit, die der eine Wizard immer macht Diese grüne Boden Das hast du dir mal an Ja, da kommt immer so ein grüner Boden So ein Flatschen Also jetzt würde er mal explodieren Kann sein, dass er eine Gift Hydra hat Kann sein, dass er eine Gift Hydra hat Aber Ne, ne Hydra ist ja Die sitzt ja irgendwo hin Jaja, aber die Schieds dann ja Und die macht dann so ein Flatschen Ja, guck mir einfach mal hin, was ich hätte ich sehen Das sieht immer so ein bisschen komisch aus Ich weiß, dass es der Mage ist Ja Wie sie auf die Mobs warten Ja Hab ich grad auch Gesehen? Nee Warte mal wieder Ja Platsch Platsch Ja Ist ja nicht mal ein Item, was das auslöst Ist ja nicht mal ein Item, was das auslöst Ist wieder cool Ist ja nicht auch komisch Äh, was wollte ich für ein Ansprechen Ich wollte fragen Ob es irgendwas an Wahrscheinlichkeiten gibt Welche Affixe die Gegner haben Die, äh, Gruppen Glaube nicht Weil Kann man sich vorstellen Dass, äh Dass manche Affixe nicht zusammenspornen Das kann ich mir vorstellen Ja siehste, weil es kommt mir nämlich so vor Als wären manche Kombinationen gar nicht mehr kommen Irgendwie so Krasser, weißt du? Oder ich sag's What the fuck Ja, die kommen nur nicht, weil Es jetzt mehr Affixe gibt Dadurch ist die Wahrscheinlichkeit ja geringer Das kann natürlich auch wiederum sein Ja, der Plan Ja, nix Perfekt Einmal nix durch ein Disconnect Und einmal so nix Sehr gut Ne, eigentlich nicht Doch für mich schon Der Plan ist das Wichtigste Nein, das ist eingeklickt Einmal nix durch ein Ich glaube es ist gut für... Also eigentlich gut für einen... Begleiter aber... Helmholtz unsichtbar Paul Ziemann so ein Dye hat das ist der Zahnköln viel besseres der Zahnköln richtig lausen die er hätte noch mal 100 Ind mehr drauf sein können und 100 wird mit fast schon 200 wird wir waren echt low komm du bist du in game? gleich hab ich gesagt merkeligat klatsch der sagt die ässelopie verwendet Wollen wir vollen Ort Lungen rein Voll heftig Lungen rein Ach, scheiße, die Wecher Lungen rein Ey, und da ist schon wieder jemand Was? Da ist schon wieder jemand untergelaufen Das kann ja nur einer sein, das ist der Bar In der Ruhe zu dritt Lass mal zurück Wie lang der vor allem für die Bar auch Die Bar machen ja im Schnitt eigentlich auch nicht so den Damage Ja doch Ja Wenn du eine One Hand mäßig rumläufst Vor dem Vor dem Patch War Bar zusammen mit Mage Sterkste Skillung Damage und so weiter Also Mage und Bar Bar waren die einzigen Skillung Einzigen Klassen, die eine Skillung machen konnten Wo du unsterblich warst Und wirklich Milliarden Damage gemacht hast Also Wo der MQs dann allein rumrennt Ja, du hast so viel Live-Hitch gehabt Dass du... Ach so meinst du das, okay Ich dachte jetzt auf irgendeinen besonderen Skill hinbezogen Ja Doch anders geht's aber Die halt bewirkt haben, dass du so schnell mit so viel Live-Hitch angegriffen hast Dass du nicht mehr sterben kannst Haben ja die Skills ausgepasst. Da noch Klasse konntest du ja halt nicht machen. Babava mit Wirbelwind. Und da hast du die Runde drin, wo du dann schneller rennen konntest. Dann bist du wie so ein Berserker über die Map gerannt, was überall den Wirbelwind gemacht und dabei sind diese kleinen Tornados da rausgekommen. Die waren richtig krank. Und hast dann auch während des Wirbelwinds, war es mega schnell. Und als Mage habe ich hier gleich gezeigt. Ja. Da hast du auch mit dem Tornado und dann die Explosion und die Armor und Blitze und alles. Du bist ja eine Freakshow durchgezogen. Das war noch krasser als der Barbar. Das hat nicht so viel Schaden gemacht wie der Barbar. Aber dafür konnte ich einfach nichts mehr bewegen. Und du hattest noch, dieses kranke Leihflug. Nichts, das ist eine große Kranke Leihflug. Und du bist ja ein bisschen größer. Das war ein bisschen besonderes. Das war mir wirklich gut. Und ich habe mich ein bisschen geschlossen. Und du bist ja immer wieder.